Hallo zur neuen UV-Video-Wochenschau. Die längste mobile Achterbahn kommt zum Stoppelmarkt nach Vechta. Die Gondeln der Alpina Bahn fahren auf einer 910 Meter langen Strecke ohne Loopings. Das Karussell wiegt insgesamt 600 Tonnen und macht in diesem Jahr auch auf dem Münchner Oktoberfest halt. Und was es mit einem Kollege-Hund-Tag auf sich hat, erfahrt ihr auf der Lohner Seite. Denn die Mitarbeiter vom Lodgeruswerk, die durften ihre Vierbeiner mal mit zur Arbeit bringen. An diesem Wochenende ist in Dinklage Sommerkirmes. Das komplette Programm findet ihr auf www.madeindinklage.de Und die Steinfelder laden zum Schützenfest ein. Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit dem Antreten der Kinderschützen auf dem Marktplatz. Anschließend folgt der Festumzug. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit hoffentlich weniger Regen. Achterbahnhof